in diesem video möchte ich euch einen glitch zeigen wie ihr drei waffen gleichzeitig tragen könnt als hättet ihr das eselstreet perk hierfür müsst ihr schon zwei waffen ausgerüstet haben so wie ich danach braucht ihr eine leiter ihr habt ja am spawn bei liberty falls direkt eine leiter und ihr müsst jetzt auf die leiter zulaufen und kurz bevor ihr drauf seid müsst ihr zu eurem messer wechseln und wenn ihr dann oben seid dann seht ihr dass ihr euer messer in der hand habt nun geht ihr einfach zu einer wandkaufwaffe holt euch noch eine waffe und wenn ihr durch eure waffen scrollt dann seht ihr dass ihr drei waffen habt und falls ihr nicht wissen solltet wie ihr zu eurem messer wechselt dann geht doch einfach in die einstellungen rein auf tassenbelegungen und dann schaut welcher knopf bei euch die taste für nahkampfwaffe herausholen oder zu nahkampfwaffe wechseln ist das war es dann auch schon mit dem kurzen video und falls euch das video gefallen hat wisst ihr was zu tun ist leute lasst ein like da und ein kostenloses abo damit die immer auf den neuesten stand bleibt und in zukunft auch nichts mehr verpasst vielen dank fürs zu sehen und bis zum nächsten video ciao